6. Zeichen, dass er Liebe vortäuscht, nur um mit dir zu schlafen Es ist einfach. Manchmal tun Männer alles, um an dein Höschen zu kommen. Also liegt es an dir zu sagen, ob er es ernst meint oder nur mit dir schlafen will. Es kann sehr schwierig werden zu verstehen, ob ein Typ seine Liebe vortäuscht, weil er alles tut, was du von deinem Liebhaber erwarten würdest. Er redet gut, bringt dich zum Lachen und überrascht dich die ganze Zeit. Das lässt dich glauben, dass er dich für das liebt, was du wirklich bist. Leider ist deine Liebe nicht wahr, denn Männer sind Meister darin, ihre Liebe für dich zu fälschen, nur um an dein Höschen zu kommen. Denk auch daran, dass nicht alle Männer gleich sind, aber du musst ständig nach denen Ausschau halten, die dich manipulieren, austricksen und belügen, nur weil sie etwas action wollen. Hier sind 6 Zeichen, wie man einen Kerl entdeckt, der seine Liebe vortäuscht, nur um mit dir zu schlafen. 1. Er verbringt keine Zeit mit dir. Es sei denn, es ist für Sex natürlich. Dies ist das erste und offensichtlichste Zeichen von allen. Er bemüht sich nie, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Selbst wenn ihr zwei auf einem Date seid und das Einzige, was du tun willst, ist, mit ihm zu reden, eine gute Unterhaltung zu haben und mehr über ihn herauszufinden, scheint er dem, was du sagst, nicht viel Aufmerksamkeit zu schenken. Er ist immer in Eile, um ins Schlafzimmer zu kommen und wartet ungeduldig auf diesen Moment. 2. Er lädt dich nie auf echte Dates ein. Du musst immer die Dates planen und meistens wird er sich weigern zu kommen, wenn es nicht garantiert ist, dass er später im Bett landet. Er wird dich nicht verköstigen, ohne sicher zu sein, dass er punkten wird. Ein Typ, der es ernst meint mit dir, wird dich auf echte Dates einladen. Er führt dich zum Abendessen und Mittagessen aus und wird nicht nur für einen Drink um neun anrufen. Denk darüber nach und wenn du bemerkst, dass der Typ, mit dem du ausgehst, dich nie zu einem richtigen Date ausgeführt hat, solltest du vielleicht in Erwägung ziehen, deine Zeit nicht mehr mit ihm zu verschwenden. 3. Er integriert dich nicht in seine sozialen Kreise. Er ist nicht an einer echten Beziehung zu dir interessiert, also musst du seine Freunde sowieso nicht treffen. Ein Mann, der es ernst meint mit dir, wird stolz darauf sein, dich allen vorzustellen, denen ihr über den Weg lauft. Wenn dein Typ dir immer nur einen Freund vorstellt oder dich gar nicht vorstellt, dann ist das ein offensichtliches Zeichen dafür, dass du ihm nicht egaler sein könntest. Du bist nur eine Sexbekanntschaft, die er lieber im Dunkeln behalten würde. 4. Du bist nicht in sein Social-Media-Leben integriert. In der heutigen Welt ist das, was Menschen in sozialen Medien sehen, eine ziemlich gute Darstellung von ihnen in der realen Welt. Menschen teilen alles, was sie essen oder trinken, wo sie sind und mit wem sie zusammen sind. Wenn du nie ein Teil davon bist, dann ist es eine glatte Art zu sagen, dass er nicht wirklich möchte, dass andere Leute über dich Bescheid wissen. Lass dich nicht von seinen Lügen und Entschuldigungen blenden, warum ihr beide nicht mal Freunde auf Facebook seid. Akzeptiere die Realität, dass er nicht wirklich auf dich steht. 5. Er ruft dich nie tagsüber an. Wenn er dich immer nachts anruft und nur mit der Absicht, dass du rüberkommst, dann ist er nicht wirklich in dich verliebt. Er will nur deinen Körper. Ein fürsorglicher Freund wird dich die ganze Zeit anrufen und oft nur, um nach dir zu sehen, weil er sich wirklich darum kümmert, ob du zu Mittag gegessen hast oder wenn du genug von der Arbeit hast. Der Typ, der dich nur am Wochenende oder spät in der Nacht anruft, ist nichts für dich. Es sei denn, du möchtest nur eine Sexbekanntschaft sein. Dann ist es in Ordnung. Also trifft dich weiter nach Einbruch der Dunkelheit mit ihm. Aber wenn du eine echte Beziehung, echte Liebe und echte Gefühle in deinem Leben willst, ist es Zeit, dass du ihn aufgibst. 6. Es ist immer Alkohol im Spiel Er wird dich nur zu Orten bringen, wo sie Alkohol servieren, weil er weiß, dass du verletzlicher wirst und wenn du verwundbar bist, ist es einfacher für ihn, dich ins Bett zu bringen. Wenn du bemerkst, dass Alkohol beteiligt ist, wenn ihr zwei euch trefft, erkennst du, dass es ein rotes Tuch ist und nimm es für das, was es ist. Ein Zeichen, dass er sich nicht für dich interessiert, außer für Sex. Es ist nichts falsch daran, mit deinem Partner intim zu werden. In der Tat ist es eine sehr natürliche Sache. Aber wenn Sex das Einzige ist, was der Freund denkt, dann musst du herausfinden, ob er dich wirklich liebt oder nur mit dir schlafen will.